So minimaler Erfahrung deiner 16 kannst du, wenn du das vielleicht nicht verhandeln kannst. Ich kann das noch nicht tun. Ach, das ist ja egal. Ah, jetzt sind wir mit. Noch nicht bereit. Das muss man. So, jetzt ganz schnell. Oh, jetzt werde ich eingeladen. Es geht nicht gut. Ach, du kriegst. So. Hey, ist das dringend. So. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche mehr Zeit. Das muss warten. So. Spreng du. Auf einmal an. Ja. Hau an, da und da und da. Ja, lange, lange. Ja, lange, lange. Da ist ja so ein Wandel. Ich kann es ja nicht tun. Ja, das reicht nicht. Das muss warten. Das wird fast ein Trübel. Auch noch was, das will ich. Das ist ein Trübel, wir haben und ich sehen es nicht. Stimmt, stimmt doch gar nicht. Ich bin nicht alleine. Schöne wieder! Mario! Mario, Mario! Mario! Hallo, mir ist's gut. Wow, mir ist's auch ein Traum. Also, was geht da? Steven, wir beide haben! Aua, ach doch nicht! Das Ding! Oh nein, Steven liegt im Stern! Ich hoffe! Wo sitzt die? Da! Ich dachte, die Helden werden da zu schwimmen. Komm jetzt mal zu uns! Ja, das sollten wir! Also, weg brauche ich! Hier, ihr werdet nach vorne! Schnell! Hilfe hier! Aus dem, das wird nichts! Jetzt, jetzt, jetzt! Come on, I know! Ja! JAAAHHHHH! Sehr gut, sehr gut. Okay, jetzt die hier. Die scheiße lag jetzt wo scheiße drauf. Oh. Er hat da auch die Magido. Oh Gott! Ich bin dem Tode nahe. Ich kann das doch nicht. Stimmt doch Gott. Ja, zusammen schaffen wir das. Okay. Ich meine, dass wir noch... Einer noch, oder? Das Wort, ja. Oh Gott, ja. Ich fürchte, wenn der andere ist, dem Ende. Doch wenn von Schiffen ich nun singen sollte, welches Schiff gerne zogen. Soll, dann nimmst du es auch. Der Bodensatz von Kandu. Das ist der Bodensatz. Ja, ja. Stimmen und Jodera. Das ist einfach. Du kannst doch jetzt nicht, wenn die umdrehen geht. Ja, das ist nicht oben. Führe den Zorn der Änderung! Nein! 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 Nicht nur ein Feuerzeug. Nein, 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 alles davon. Das hat unsere Website noch nicht zu tun. Also. Entwickelt euch mal ein... Schmechan nh, es ist nie zu lösen! Ja. Ich will also den Ball ja! Warte! Gott sei Dank! Das war cool! Wahnsinn! Yeah, und die Postwellen, die schaffen auch noch und das ist Wärmung. Das ist die Postwellen? Ja, ja, schön. Ich gehe! Tschüss! Wichtiger Punkt! Da oben! Es ist Zeit, hier ein Ende zu erreichen! Ich brauche mir Zeit! Zeit! Ja! Zeit! Lach nicht! Die Zeit bleibt uns noch! Ich nehme den! Ich bin wieder drauf! Okay! 3 Stunden später! Toll mal! Oh oh, wo ein Bumdinger? Wo ein Bumdinger ist? Wo ein Bumdinger ist? Wo ein Bumdinger ist? Ich bin im Kreislauf und da sehen wir gewinnt! Das ist die... Jawoll! Nein, das war nicht so! Keine Kraft! Fett! Finale Welle abge... Was? Yeah, du bist aufgestiegen! Glückwunsch! Wir haben 20 Wellen überlebt! Ja! Ja! Fassbar! Warte, wir können ja nicht gehen wir! Ach, man kann die Missionen erfüllen! Das ist ja wunderschön! Gibt es hier noch eine Rennungstruhe oder so? Nein! Wir haben Erfahrung bekommen ganz viel! Du bist ein Level ausgestiegen! Sehr geil! Sehr geil, oder? Ja, ist doch voll gelohnt, oder? Auch voll! Ey, wir haben Loriner geschossen! Müssen wir noch was gehen! Gehen wir erst mal einen Modding backen, oder? Oh, yeah! Das ist auch cool! Ja! Bager, komm ich mal schnell gucken hier! Was ist los? Oh! 1, 2, 3... Man, super! Oh, 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 super! Ah, sehr gut! Oh, super! Oh, super! Agzeptabel? Ja! Oh, sehr gut! Oh, sehr gut! Komm, weis! Krass! Das ist nicht schlecht! Ich bin schon. Nein, ich habe drei! Boah, ich bin! Okay, gut. Wunderschön, die Sieger des heutigen Abends. Das ist André, Fabian und den Namen habe ich vergessen. Was? Ist das denn anders? Ja, er war da. Kannst du nicht einfach so mein Name vergessen? Du warst, Jürgen. You're back. You're back and you from Zongmay. What? You're back and you from Zongmay. This is amazing. Okay, wir machen an dieser Stelle. Hallo, hallo. Grüß euch, zurück. Mit einer Buggy-Episode, aber... Buggy? Mit einer Buggy-Episode, aber dafür mehr Geschnätze, als ihr jemals irgendwo lebt. Und ich habe noch nie so eine finale Welle abgeschlossen. Weil ich immer nur mit den scheiß NPCs, die musst du ja retten und so, weißt du. Wenn man es tritt, das geht da, das ist doch super. This is amazing. This is amazing. Okay, nächste Episode sehen wir uns an die Düsarbeit wieder. Dann geht's hoffentlich alles wieder so, wie wir es wollen. This is the Elves World. Und wir sagen dann wieder Hallo zu Steve und Hallo zu euch. Jetzt aber so Tschüss zu Steve und Tschüss zu euch. Bis dann.